Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's play Pandrew Drive mit Tag 6 und es gewittert wieder draußen Mach schon mal überall das Licht an, bevor es dunkel wird Weil Licht ist schön, ich brauch Bier Zumindest hier mach ich schon mal das Licht an So, hallo Tür, geht auch nicht zu, wenn ich gerade raus möchte Japs Das hört sich nicht gut an, diesen ganzen Ich hab Angst in dem Strom Das muss ich ehrlich zugeben Aber dafür, dass so lange hier niemand gelebt hat Sind die Pflanzen nicht verkommen So irgendwas stimmt hier ganz gar nicht Hallo Immer noch verschlossen Und wir haben auch keine Schlüssel mehr Das ist ein ungutes Gefühl Ich mach sich das aber schon mal hier paar Kerzen an So Hallo Ist hier jemand? Hallo Who? Soll ich hier wirklich auf Kerzen gehen? Hallo Schon leicht gruselig Hier Ist hier eigentlich noch die Frau Ja Ja Frau Mann Was auch immer Wesen ist da Und Hallo Mein Strom Er kann doch nicht einfach mein Strom nehmen Ich seh doch nichts mehr Da ist immer noch da Kotze Kotze Spiel mit Schlüsseln Hallo Hi No? How's going little cat, hm? Ich hab mich nicht bewegt Okay Okay Ich hab die Katze hier rausgekommen Da ist ja Katze Piep piep Ja Bist du gut? Irgendwann springt er uns noch an Hier waren noch Batterien Falls wir welche benötigen Ich merk es mir Soll ich jetzt? Tür ist verschlossen, okay Passt er vielleicht mittlerweile oben Jetzt noch mal Streichhölzer Hier ist noch eine Tür Hallo Äh Dann auch noch mal Also wir haben hier viele Batterien noch Hier ist vorsichtig an der Klappe Ich dachte er hätte seinen Kopf bewegt Gut Gut Das ist die Kerze Aber Bis hier lang Immerhin sehe ich etwas noch Hier ist es aber schön hell Damit kann ich leben Was hältst ihr? Halleluja Was mich raten? Natürlich Noch mehr Türen Ach dort liebes Wie soll man sich hier noch zurechtfinden? Tür ist verschlossen Okay Ist auch verschlossen Alter kann mir doch niemand sagen Dass man sich hier noch zurechtfinden kann Hier sind auch noch Batterien Aber wisst ihr was? So Hier sind so viele Batterien Ich weiß ich bin Das ist wahrscheinlich Verschwinderisch Hey du Hm Ach guck mal Streichhölzer ohne Ende hier Und das ist ein Schlüssel Okay Der nicht hier reinpasst Hattest du gedacht die Ratten ne? Er ist ein Schüsse Das war ein Nieser So Ich hoffe ich habe daran gedacht mich zu muten Und zu entmuten Und wieder ein Nieser Ach ja Bin ich? Hier Ich gehe mal hier oben lang Hallo Ist hier jemand? Lalluja Was ist los? Überall sind die Kiltern kaputt gegangen Ach du liebe Spazier Gut Noch mehr Türen Wie soll man sich hier noch zurechtfinden? Ach du see Ist das Flanz Oder Schau Wolle Und die nächste Seite. Okay. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Pineview Drive. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.